Das Bitcoin-Halfing hat überhaupt keinen Einfluss auf den Bitcoin-Preis. Triggert dich diese Aussage? Falls ja, vielleicht zu Recht. Im heutigen Video werde ich zwei verschiedene Themen ansprechen bezüglich des Bitcoin-Halfings und des Preises. Und eins kann ich schon mal vorne wegnehmen. Bedingt ist diese Aussage sogar richtig. Heute sprechen wir über das Bitcoin-Halfing, welches in drei Tagen stattfinden wird und ich zeige euch, was die Einflüsse auf den Bitcoin-Preis bezüglich des Bitcoin-Halfings wirklich sind. Jo, mit dem ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Das Bitcoin-Halfing steht kurz vor der Tür und die Medien fangen später als erwartet, aber sie fangen definitiv an, darüber zu berichten. Wir sind jetzt mittlerweile im Jahr 2024. Bitcoin existiert seit mehr als 15 Jahren und dennoch haben wir immer wieder zahlreiche Falschinformationen. Gerade wenn es um solche technischen Dinge geht, wie eben bei Bitcoin und dem Bitcoin-Halfing. Schauen wir uns zwei, drei Beispiele an und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist verblüffend, wie weit hinterher die Öffentlichkeit zum Teil noch ist. Zum einen haben wir diese Headline gefunden, wo sich sogar die englisch sprechende Community über diesen deutschen Artikel lustig macht, aus der Neuen Zürcher Zeitung im Bereich Wirtschaft. Anzahl neuer Bitcoins verdoppelt sich. Habt ihr den schon mal gehört? Also der war sogar für mich neu. Aber das ist noch nicht alles. Selbstverständlich haben wir auch natürlich das ganz interessante Gespräch auf BR24 und hört euch mal genau an, was dieser Experte zum Thema Bitcoin-Preis nach dem Bitcoin-Halfing zu sagen hat. Wirklich sehr interessant. Und dann gibt es ja noch die Aussicht, dass der Bitcoin-Kurs, der ja so hoch ist, möglicherweise im April halbiert wird und damit sollte der Bitcoin dann auch wieder für Privatanlieger interessanter sein. Das sind also die Hintergründe für den Bitcoin-Markt. Ja, ihr habt es gehört, liebe Leute. Nach dem Bitcoin-Halfing soll sich der Bitcoin-Preis halbieren. Also können wir alle wieder erschwinglich Bitcoin akkumulieren. Schön wäre es. Auf jeden Fall denke ich, ist es mittlerweile klar, dass wir ganz kurz hier nochmal ein bisschen Repetition machen müssen. Ich werde ganz kurz noch einmal in 1-2 Minuten erklären, was ist das Bitcoin-Halfing überhaupt? Bitcoin funktioniert so, dass die Miner, also die, die gesamte Rechenleistung zur Verfügung stellen, das Netzwerk sicher halten. Das heißt, sie formen Blöcke aus Transaktionen. Die Schwierigkeit des Bitcoin-Netzwerkes gewährleistet, dass ein Block nur alle ungefähr 10 Minuten gefunden werden kann. Das heißt ja, die Zwischenankunftszeit, die durchschnittliche Zwischenankunftszeit zwischen diesen Blöcken, die sollte ungefähr 10 Minuten sein. Natürlich ist das zufällig. Es kann sein, dass es mal 5 Minuten braucht für einen Block. Es kann aber sein, dass es auch mal 25 Minuten braucht für einen Block. Auf jeden Fall werden für diese 9 gefundenen Blöcke, also für die investierte Rechenleistung, vom Netzwerk frische Coins ausgegeben. Beim Start des Netzwerks, damals 2009, waren das 50 Bitcoin. 4 Jahre später waren es dann nur noch 25, 12,5. Noch mal 4 Jahre später, aktuell sind wir bei 6,25 Bitcoin. Und in circa 3 Tagen halbiert sich das Ganze eben noch mal. Darum der Begriff Bitcoin-Halfing auf 3,125 Bitcoin. Also jeder Miner, der ab Block Nummer 840.001, ganz wichtig, das haben auch immer wieder viele falsch, erst ab Block Nummer 840.001 gilt dann, die neue Coinbase, also die neue Bitcoin-Belohnung für einen Miner vom Netzwerk ist dann noch 3,125 Bitcoin pro Block. Also ja, pro neuen Block, der hier neu an die Blockchain hinzugefügt wird, der gültig ist, da bekommt der Miner, der diesen Block eben durch Zufall gefunden hat, durch die investierte Rechenleistung, 3,125 Bitcoin. An der Stelle noch mal ein kleiner Spoiler aus meinem neuen Buch. Hier sieht man die kompletten Block-Belohnungen für die Bitcoin-Miner vom Start vom Genesis-Block bei 50 Bitcoin bis ins Jahr 2140, wo die Block-Belohnung dann tatsächlich Null ist. Und genauso gewährleistet Bitcoin eben auch diese maximale Menge von 21 Millionen Bitcoins, knapp 21 Millionen, um genau zu sein, welche nie überschritten werden kann. Das heißt, in Bitcoin gerechnet, verdienen Miner tatsächlich an den Block-Belohnungen immer weniger. Das bedeutet aber nicht, dass Miner in der Zukunft einfach pleite gehen und keinen Anreiz mehr haben, Bitcoins zu schürfen, denn die Miner, die kriegen nicht nur die Block-Belohnung, sondern die kriegen auch die sämtlichen Transaktionsgebühren, welche sie in einen solchen Block inkludieren. Das heißt, auch wenn die Block-Belohnung im Jahr 2140 auf Null gesetzt wird, vom Netzwerk selbst vollautomatisiert, verdienen die Miner weiterhin an den Transaktionsgebühren. Und noch die letzte Repetition ganz kurz. Warum gibt es verschiedene Bitcoin-Halfing-Countdowns, die alle etwas anderes sagen? Der von Binance sagt etwas anderes als der von NiceHash und so weiter. Das ist ganz einfach, das sind nur Schätzungen. Wie wir bereits gelernt haben, werden die Blöcke per Zufall gefunden. Das heißt, es kann mal sein, dass Blöcke schneller gefunden werden. Die Hashrate kann in dieser Zeit auch noch steigen bis zum Difficulty Adjustment. Das passiert alle 2016 Blöcke. Dann werden Blöcke im Schnitt schneller gefunden. Das heißt, je näher wir an das Halving hinkommen, desto klarer ist es, wann es stattfinden wird. Und aktuell sieht wirklich alles nach dem 19. April aus, also tatsächlich in drei Tagen. Das wird wirklich sehr spannend von der technischen Seite her, wobei man dazu sagen muss, man weiß ja eigentlich, was passiert und dass es funktionieren wird, ist auch ziemlich klar, hat es bis jetzt immer. Also da wird eigentlich gar nichts Spannendes dabei sein, aber ich denke einfach so vom Mentalen her ist es halt schon spannend, ein Asset zu besitzen, wo sich die Inflation alle vier Jahre halbiert und eben bei diesem Event dann auch dabei zu sein und zu verstehen, was passiert. Also noch einmal diese Countdowns, die können etwas anderes anzeigen, weil das einfach Schätzungen sind, weil das Hochrechnungen sind, wie lange dauert es ungefähr, bis eben diese 840.000 Blöcke total gefunden worden sind und dann eben ab Block 840.001 dann die neue Blockbelohnung gilt. Aktuell sind wir bei Block 839.481, also wir haben noch ein bisschen mehr als 500 Blöcke und dann ist es tatsächlich soweit. Jetzt kommen wir aber zu der spannenden Frage und ich denke, die meisten von euch haben hier eine ganz klare Meinung und ich habe auch eine ganz klare Meinung. Die Artikel, die wir vorhin gesehen haben, die vergessen wir einfach mal ganz kurz. Ich gebe euch jetzt wirklich meine Analyse und meine Meinung und meine Erfahrung, was denn wirklich der Einfluss ist vom Bitcoin-Halfing auf den Preis. Erstens, kurzfristig gesehen, und das mag euch jetzt vielleicht triggern, hat das Bitcoin-Halfing überhaupt gar keinen Einfluss auf den Bitcoin-Preis. Und ich erkläre euch jetzt auch warum. Erstens einmal ist das das Event, was zu 100% eingepreist ist. Warum ist dieses Event eingepreist? Naja, ganz einfach, alle wissen davon. Wir müssen nicht spekulieren, wann das es stattfindet. Wir wissen ziemlich exakt oder wenn wir im Blockzeit rechnen, sogar absolut exakt, dass nach Block 840.000, also bei Block 840.001, jetzt dann dieses Event stattfindet, was die Inflation von Bitcoin halbiert. Und kluge Investoren oder die meisten Investoren, die preisen solche Events halt einfach ein. Also das Bitcoin-Halfing ist definitiv eingepreist. Und ich kann hier auch nicht wirklich argumentieren. Klar kann man jetzt sagen, naja, aber viele Leute wissen noch nicht davon. Da bin ich bei euch auf jeden Fall, da bin ich einverstanden. Aber das ist nicht der Punkt. Von den Leuten, die in Bitcoin investiert haben oder die planen, in Bitcoin zu investieren, da werden 99% von denen genau wissen, was da passiert und das wird einfach eingepreist sein. Da kann mir niemand erzählen, dass der Markt das nicht eingepreist hat. Und ich zeige euch nochmal einen ganz kurzen Beweis. Ich denke, die meisten von euch haben es mitbekommen, was im Nahen Osten aktuell abgeht und wie die Märkte von dem Ganzen beeinflusst werden. Das ist einfach lokal gesehen, also auf kurzfristigen Timeframes immer noch viel interessanter. Schaut euch das an. Seit sich nämlich die Situation im Nahen Osten wieder zuspitzt, sehen wir ganz klar an den traditionellen Märkten Abverkäufe. Was macht Bitcoin? Wir sehen Abverkäufe. Was macht Gold? Gold, das krisensicherste, der Safe Haven, der steigt nach oben. Und auch die liquidesten Mittel, nämlich Cash, also der US-Dollar, der steigt ebenfalls nach oben. Also wir sehen, dass Bitcoin hier nicht seinem eigenen Takt folgt, wenn wir das Ganze kurzfristig betrachten, sondern einfach aktuell den geopolitischen Spannungen und somit den traditionellen Märkten. Und wer das nicht glaubt, wer glaubt, dass Bitcoin aktuell ein starkes Eigenleben hat auf den kurzfristigen Timeframes, noch einmal, ich spreche nur von einem kurzfristigen Zeitrahmen, der hat das Ganze nicht verstanden. Ich zeige euch jetzt den Chart, der das alles beweist und das kann man einfach nicht wegreden an der Stelle. Schaut euch mal diese starke Korrelation an. Was wir hier haben, ist der Bitcoin Daily Chart und die blaue Linie sind die Futures des S&P 500. Und wir können hier rauszoomen, reinzoomen, was auch immer. Wir sehen einfach ganz klar die starke Korrelation. Das ist kein Zufall, dass wir hier monatelang hier diesen Aufstieg hatten und jetzt, wo sich die geopolitischen Spannungen hier wieder etwas verhärten, sehen wir, dass die traditionellen Märkte fallen und dass auch Bitcoin fällt. Das ist definitiv kein Zufall. Man kann das auch messen mit dem Korrelationskoeffizienten. Da kommt es ein bisschen darauf an, wie man die Parameter wählt. Aber wenn man die Parameter auf einen längeren Zeitraum wählt, dann kann man das auch mit dem Korrelationskoeffizienten ganz gut messen, dass wir hier immer noch eine sehr starke Korrelation haben. Für die, die es immer noch nicht glauben, wir können das Ganze auch noch auf die Spitze treiben. Ich habe euch hier das Ganze mal auf dem Einstundenchart geplottet. Und wer hier die Korrelation nicht sieht, also dass die Märkte hier wirklich gleich ziehen, dass Bitcoin einfach genauso reagiert wie die traditionellen Märkte, naja, der hat wahrscheinlich Tomaten auf den Augen. Also kurzfristig gesehen, noch einmal als Repetition, kurzfristig gesehen hat das Bitcoin-Halfing keinen Einfluss auf den Preis, weil erstens eingepreist und weil zweitens Bitcoin einfach den ganz normalen Marktreibern Angst und Gier folgt, genauso wie die traditionellen Märkte. Bitcoin ist noch nicht auf dem Level eines Safe Haven Assets, das habe ich auch schon in einem meiner letzten Videos gesagt. Investoren flüchten aktuell in das Safe Haven Asset, was einfach immer noch Gold ist. Die Zentralbanken, die kaufen Gold, natürlich weil sie auch Bitcoin nicht supporten wollen und aber auch die Liquidität ist gefragt mit eben dem US-Dollar. Darum sehen wir Gold steigen, den US-Dollar steigen und eben die traditionellen Märkte und Bitcoin aktuell eher fallen. So, bevor jetzt der ein oder andere anfängt in den Kommentaren direkt zu schimpfen, lasst mich noch kurz aussprechen. Ich habe nicht gesagt, dass das Bitcoin-Halfing gar keinen Einfluss auf den Bitcoin-Preis hat. Ich habe lediglich von einem kurzfristigen Timeframe gesprochen. Und dabei bleibe ich. Langfristig gesehen, und jetzt kommt die andere Betrachtung, habe ich auch eine sehr krasse Aussage. Und zwar, da ist das Bitcoin-Halfing der einzige Treiber für den Bitcoin-Preis. Überlegt euch mal genau, was das bedeutet. Erstens einmal, das Bitcoin-Halfing taktet den Preis, aber von dem spreche ich nicht. Warum steigt denn der Bitcoin-Preis überhaupt in US-Dollar? Naja, der Bitcoin-Preis steigt in US-Dollar über eine sehr lange Zeit, weil der US-Dollar nicht knapp ist, aber Bitcoin schon. Immer mehr Menschen verstehen das. Die fundamentalen Eigenschaften von Bitcoin, die sind nicht mehr wegzureden. Wären die nicht da, hätten wir nicht Fidelity, BlackRock und so weiter. Jetzt die Asiaten, die kommen, die mit professionellen, institutionellen Finanzinstrumenten Bitcoin anbieten. Das gäbe es nicht, wenn Bitcoin einfach ein Scam wäre oder keine Zukunft hätte. Bitcoin steigt im Preis in US-Dollar gemessen, weil Bitcoin digital begrenzt ist, absolut begrenzt ist, aber der US-Dollar und andere Fiat-Währungen sich immer weiter ausweiten. Wenn man den Bitcoin-Preis zum Beispiel in anderen Währungen sich anschaut, dann sind wir schon lange in einem All-Time-High und der Chart sieht noch viel steiler aus, als hier gegenüber dem US-Dollar gemessen. Und was ist das Event, was die Bitcoin-Knappheit garantiert? Naja, es ist das Bitcoin-Halfing. Denn hätten wir das Bitcoin-Halfing nicht, würde Bitcoin so inflationieren wie zum Beispiel Dogecoin, dann hätten wir einfach eine unendliche Ausweitung an Coins, also genauso wie beim US-Dollar, und dann könnte der Preis oder würde der Preis in US-Dollar gar nicht steigen können. Durch das, dass aber eben das Bitcoin-Halfing alle vier Jahre stattfindet und das frische Supply immer weiter begrenzt wird, ist es einfach gegeben, dass der Bitcoin-Preis gegenüber dem US-Dollar steigt. Ich spreche hier nicht von Kaufkraft. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Die steigt zwar auch, aber da könnte man noch anders darüber argumentieren. Ich sage immer, Bitcoin wird einmal eine Million US-Dollar wert sein oder eingepreist sein, im US-Dollar auf eine Million, aber was hat dann diese eine Million noch wert? Also auf jeden Fall, im US-Dollar gemessen, ist langfristig gesehen, das Bitcoin-Halfing wahrscheinlich der einzige Treiber für den Preis. Aber kurzfristig gesehen wiederum, hat das Bitcoin-Halfing überhaupt gar keinen Einfluss auf den Bitcoin-Preis. Ich hoffe, ihr könnt meinen Gedankengängen folgen. Ja, und falls ihr an weiteren solchen Erklärungen interessiert seid oder jemanden kennt, der das interessieren könnte, empfehle ich euch auf jeden Fall, mein neues Buch zu kaufen. Jeder Kauf unterstützt unsere Arbeit und natürlich auch Bitcoin. Von dem her, ich danke euch vielmals für eure Bestellungen. Und es sind schon einige, habe ich gesehen. Vielen Dank dafür, liebe Leute. Das war es aber bereits für das heutige Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video. Natürlich bin ich auf eure Kommentare gespannt. Bis dann!